Jo Leute, ich bin's wieder, der Flastwi, wieder bei The Legend of the Phantom Hourglass und ich muss gucken, was ich hier tun kann, denn irgendwie kommt man da rüber das gucken wir uns mal an, wie der hier rüber läuft ähm, okay, er läuft da so, das zeichnen wir uns mal ein Offer-Karte no, Offer-Karte irgendwie hab ich das Gefühl, dass das Spiel schon wieder leicht laggy ist und ich hab mal einen geraden Strich gezeichnet trotzdem ist das Spiel leicht laggy heute, mal wieder ja, nicht neu ist, trotzdem nervig Ruhe, Ruhe, boff ähm, ja, da bin ich super, der Sprung, ach, da so ja, das hätte man sich denken können, dass da so was ich schon äh, ja, wie gesagt, Let's-Planet-Fähig, Garantie und so, ne Namensprogramm äh, jo ich hoffe nur, man schafft das in 5 Minuten 16 hier, was man schaffen soll, und muss, und darf und keine Ahnung so, womit nicht denn jetzt? ich habe keine Ahnung deshalb schaue ich mich jetzt um äh, die olle Kackbratzer bewegt sich gar nicht viel zu doch, die bewegt sich, aber nur in eine Richtung schauen äh, was hat der hier Chiyang? vermutlich gar nichts, also bei mir hat niemand was zu sagen, außer ich ich will dir etwas nützliches verraten ziele auf den Rücken der Front und hol mal mit deinem, du weißt schon mit meinem, was, mit meinem, weißt auch wenn sie unbesiebter sind, sollte es einen Effekt haben ja, ja, mit meinem Pfeilen äh da kann der jetzt vorher gehen scheiße was ist eine andere? wann ist das der mir gleich entgegenkommt? also gar nix gläbe ich gar nix gläbe ich gar nix na aber auch kein wusste nicht, dass der durchs Feuergehen kann äh kann ich mich irgendwie auf Karl mal umgucken? Nö, kann ich vermutlich nicht dass ist sehr scheiße na, dass ist scheiße so richtig, sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch ich glaub, du weißt das doch nicht, Adi ich gläbe damit, du entlehmst warum singe ich an die Vertreter und sie ich mag sie doch nicht mehr, so ist ein Naja, egal ähh, ich finde euch scheiße so richtig, schischischischischisch, scheiße ja scheiß Phantömchen Phantömchen, Phantömchen Phantom, neu Phantom Schleichwerbung Mai wieder habe ich schon lange keiner mehr gemacht und das Spiel Scheiße und das Spiel ist scheiße nein, das Spiel ist nicht scheiße, ich habe meinen Satz nicht beendet da kamen die Phantome an den Rand, ich wollte sagen und das Spiel lag gerade gar nicht ja, aber dann kam das Phantom an den Rand und das war scheiße schischischischisch, scheiße, warum sage ich heute so oft scheiße alle scheiße ähm, ja, ich sollte auch hören, so oft scheiße zu sagen das ist nicht gut äh, nee, warten wir mal dreh dich weg, du Kacka-Phantom ja, jetzt sage ich nicht mehr scheiße, sondern Kacka-Phantom mich halt doch keiner du kannst mich gar nicht hören ich bin so leise ich überwende hier gerade mal eben so ein bisschen ich nehme mal meine Pfeile meinen Pfeil der mir so viel bringt der bringt mir gerade so unglaublich viel, das glaubt er gar nicht toll weil ich nicht mehr verarschen dreh dich mal weg olle Sau oh, ich hab gesagt, dreh dich weg, olle Sau dreh dich halt nicht weg, olle Sau ähm, wie mach ich denn das? gute Frage geh du da weg und dann kann ich dem anderen in den Rücken knallen ähm, mann, ah, verdammt, Maus bleib ich hier du hässliches Sackgesicht-Phantom kann mich da irgendwie nicht vorbeischweichen? doch kann ich toll das ist da an der perfekten Stelle heilige Scheiße ich muss rennen ich muss rennen komm, 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 komm komm, 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 komm komm, komm, komm ja, komm her Fabek Fabek wuhu geschafft und pass auf, jetzt habe ich keinen Schlüssel hierfür weil man da vermutlich einen Schlüssel für braucht dann nach ich mich aber selber aus wenn man dafür einen Schlüssel brauchen sollte ja, dann gehe ich so weit, mich selbst auszulachen erstmal gucke ich jetzt hier oh, Leben und Schlüssel? ich sag dazu mal gar nichts na gut, auch was schönes ja, auch was schönes den runter zu werfen bloß nicht den Kristall behalten ja, ich lache mich teilweise ja schon selber aus weil ich einfach nur so kackendämlich bin weil das Phantom ja vermutlich gleich entgegen kommen wird oh, hallo, was ist das doch äh, hi, verarsch dich mal ein bisschen ich versuchte zu verarschen komm mir entlang na, jetzt geht das natürlich falsch na, jetzt geht das natürlich falsch ich habe eigentlich gar nichts gebrauchen Mensch kannst du doch mal mal weiter nicht lang gehen kannst du mir nicht mal in den Gefallen tun, Mensch ey, die Sorge ähm, ja müsste vielleicht oben lang gehen sein, aber egal der schreckt das doch wenig 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 ähm, wo waren der und da war der Platz für uns na, zehn Krasszeilen, ne joa joa, mal schauen, ne ähm, Phantom, ich hoffe du na, du kommst eh hier rum, ne weiß ich doch jetzt schon und warum leck das Spiel wirst du doch, dass du da langkommst das wird dich einfach ne, das wird dich einfach das wird dich einfach das wird dich einfach ich sollte aufhören so dämlich zu sprechen das macht mich sonst noch selbst dämlich ich bin noch schon dämlich hm hat deine Logik ja, ohne nein, nein sag mir jetzt nicht, das ist der falsche Teil dein Glück das hätte ich dir aber mal ordentlich die Marsche blasen ach, Schnauze jetzt Luftstrom Herzlichen Glückwunsch ähh Hi Kumpel, bin gar nicht da 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 Hi Leute, bin gar nicht da Seid ihr? Kommt ihr nicht rauf Hey, du kommst denn nicht rauf Toll, ich komm nicht weg ich bin zu langsam, bitte Zeit 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 ich geh runter mit dir und jetzt mach mal hör auf hör mal auf zu lecken du lecker du lecker lecker hecker Scheiße wo bin ich denn hier gelandet Schnauze Puh wir sind so tief Scheiße was denn da wäre schön wenn du das letzte Stück äh wäre schön wenn das das letzte Stockberg wäre aber lass uns weiter gehen ja wir reiten uns in immer größere Scheiße ich seh's doch ein ja toll und seh'n damit was'n Viereck toll oder oder jetzt mit dem Dreiecksockel hin äh mit dem Dreieckkristall ich weiß es nicht wo ist die erste nevon wo ist hier noch Platz warte mal ne nicht Items ich schau jetzt kurz auf die Karte und dann meine ich den Part denn ist es schon wieder soweit wir können hier noch Platz für so'n Zockelding sein äh ja hier wohl eher nicht so K9 K9 ne ja auch nicht hä ich hab keine Ahnung ich guck den nächsten Part mal ich beende diesen Part ich hoffe er hat euch gefallen gebt einen Daumen hoch abonniert teilt dieses Video Tschüssi Koski euer Flastwi